Und da ist er, der Max ist am Start. Herzlich Willkommen, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal ein kurzes Zoom-Meeting hier abzuhalten mit mir, um mich und natürlich auch die Zuschauer auf den neuesten, frischen Stand zu bringen. Ich sehe da oben bei dir auch schon ein paar Härchen wachsen. Kann man jetzt noch nicht so gut sehen hier, ich halte mal so. Ja, es ist jetzt gerade zweieinhalb Monate her, glaube ich. Also, so langsam wird es, aber ich bereite mich mental natürlich schon darauf vor, dass sie sich wieder verabschieden, so nach einem Monat. Aber aktuell geht es natürlich vorwärts. Ja, genau. Jetzt hast du natürlich so die kritische Phase, wo sie dann langsam immer dünner werden, ausfallen und bei mir war das genauso ein emotionaler Punkt, weil erst hast du ja die ganzen Haare, die sprießen und denkst du, boah, krass. Man weiß natürlich, worauf man sich einlässt, aber es ist natürlich traurig, wenn sie erstmal wieder ausfallen. Man guckt jeden Tag, ah, kommt da wieder was? Nein, es wird weniger, aber dann irgendwann kommt der Umschwung auch so nach drei Monaten und dann geht es halt richtig rund. Bin echt gespannt. Ja, wobei aktuell gehe ich so manchmal da durch und ziehe da mal so hoch und da sind noch keine, also da fällt gerade noch nichts aus. Ist gar nicht so krass, momentan nicht. Ich glaube, das kommt noch. Mhm, aber ja, das, also ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie du aussiehst, naja, mit vollen Haaren, wenn es richtig dicht ist. Krass, was sowas auch wirklich immer ausmacht, ne? Auch so, wenn man so eine Haarlinie dann hat oder keine, äh, crazy. Ja, wie hat denn dein Umfeld so auf dich reagiert, ähm, nach der Haartransplantation, gerade dann auch, wo wahrscheinlich, wo die Krusten auch da waren und so? Oder hattest du überhaupt da Probleme mit? Ähm, ja, also ich bin erst mal die, die ersten zehn Tage oder zwölf Tage sind das ja, bis man, glaube ich, die Krusten entfernt. Ich weiß es schon gar nicht, mir ist schon so lange her, ähm, bin ich erst mal gar nicht rausgegangen. Also, äh, bin ich nur einkaufen gegangen. Die Leute haben es aber echt nicht so gewacht, ne? Weil die, die Krusten sind ja da, wo normal die Haare sind, ähm, und ich bin ja auch noch groß. Das heißt, viele Leute gucken sowieso von unten. Also ganz viele haben es nicht gewacht. Ja. Und auch als ich dann die, die Krusten abhatte, ne? An dem, an dem zweiten Tag bin ich direkt auf ein Konzert gegangen, wo viele Leute waren, die ich kannte. Und, äh, zwei haben es gerafft, zehn nicht. Ach, krass. Also die haben halt nur gesagt, krass, du hast deine Haare abgemacht, ähm, Kurzhaarfrisur jetzt, äh, komplett runter, sieht übel gut aus. Und ich so, ja, danke. Das ist so der beste Ausgangspunkt. Die haben gar nicht gerafft, um was es ging. Ja, auf jeden Fall, das ist so der beste Ausgangspunkt. Ja, du sagst es, weil du ja sehr, sehr groß bist, äh, gucken die meisten von unten nach oben. Bei mir war es eigentlich genau das Gegenteil. Äh, ich bin ja noch 1,75 und, ähm, da haben sie natürlich direkt auch das gesehen. Und, äh, ich hatte nur eine Woche Urlaub danach und da musste ich wieder arbeiten. Und zwar im Gym als Trainer. Und jeder kannte einen, weißt du, wir haben 5.000 Spieler. Und dann hast du auch noch die Kruste teilweise auf dem Kopf und die Leute gucken dich an, nehmen Abstand. Und meine Chefin damals sagte, ob ich irgendeine Krankheit, weil ich hab das ja nicht erzählt, ob es mir nicht gut geht, ob ich irgendwie die Kretze hab oder so, weißt du, weil es sieht halt nicht gesund aus, wenn das da gerade noch. Aber bei dir, du hattest ja auch die DHI-Methode, ne? Ja. Mit dem Pesseren. Bei mir war es halt anders. Das war halt noch die FUE, also wo sie so die Kanäle stechen und dann einzeln reinsetzen. Aber mit der DHI ist ja top, da hast du ja kaum Wundschorf, ne? Das ist ja schon. Ja, ich weiß auch nicht. Also du hast mir auch gesagt, das fängt da, äh, wie sonst, an zu süffen die Nacht. Und, ähm, das, ähm, das war bei mir alles nicht so. Also bei mir war es wirklich, äh, tiefenentspannt dann und es die, ähm, die, ähm, wussten dann mal ab waren. Also, äh, ich hab auch zum Beispiel gar keine taube Kopfhaut mehr. Ich meine, jetzt, so, so eine zwei Monate nach der, äh, nach der Haarttransportation habe ich jetzt einfach wieder Gefühle in der Kopfhaut. Das natürlich jetzt für die, ähm, äh, was, was war das dann nochmal? Es gibt ja noch diese, ähm, Behandlung, diese Nachbehandlung, ähm, wo die dir in den Kopf was reinspritzen. Das hast du doch auch gemacht. Ja, PHP meinst du, die PHP-Behandlung. Ja, genau. Ja. Ja, da waren natürlich die, wo die Kopfhaut noch taub war, viel angenehmer. Ja. Und jetzt, wo die Kopfhaut halt wieder das Gefühl hat, zieht die PHP-Behandlung natürlich schon gut rein. Aber, ähm, ich glaub, das hilft auch noch mal. Das kann ich ja auch gucken. Ja, wo lässt du das denn machen, die PHP-Behandlung? Das mach ich direkt hier bei Elite in Frankfurt. Die haben, äh, so ein kleines Office, äh, das, äh, hinten im Steinbeg. Okay, nice. Ähm, genau. Und, äh, da vor Ort einfach, äh, hab ich jetzt schon die zweite Sitzung hinter mir. Geil. Äh, mindestens zwei kommen wir noch. Ähm, ähm, und schauen wir mal. Ich hab ja hinten, ich hab ja echt, äh, 4.700 Crafts gehabt. Das war schon eine Menge, aber für hinten meinen Konsolbereich hatten sie nicht mehr genug. Und jetzt guck ich einfach mal, ob das vielleicht mit der PHP-Behandlung schon weggeht. Also aktuell sieht's echt gut aus. Und ich benutze ja auch dieses, äh, dieses Drei-Monats-Set mit diesem ganzen Zeug da mit, äh, da sind ja die, äh, Keratin-Tabletten drin. Da ist ja dieses Shampoo drin. Ich hab auch kein Problem irgendwie mit der Kopfhaut. Du hattest, glaub ich, mal erzählt, dass du Probleme mit der Kopfhaut hattest mit dem Shampoo. Ja, genau. Mit dem Wal-W-Shampoo. Ja, wie eine Allergie dagegen oder so. Sehr trocken gejuckt hat es. Ähm, ja, genau. Deswegen hatte ich das dann nicht benutzt. Aber ist ja super, wenn es bei dir funktioniert, weil die Wirkstoffe, die drin sind, die sind ja essentiell und wichtig, ne? Ja, von daher. Ja, das Zeug benutze ich jetzt, äh, bin ich gerade auf dem, auf dem Dritten von drei, was in den drei Monaten, selbst wenn, danach schauen wir mal. Ja. Ähm, aber das heißt, äh, ich tue jetzt auch einiges dafür und aktuell wirklich top. Also auch bei, äh, der PHP-Behandlung, die Ärztin, die das macht, meinte, ja. So muss es nach zwei Monaten aussehen und, äh, sie freut sich dann bei der vierten Behandlung schon darauf, wenn das dann mal wieder richtig losgeht. Weil, was ich jetzt sehe, ist, dass halt, die, die Haare sind komplett unterschiedlich lang auf dem Kopf, ne? Man ist das ja irgendwie gewohnt. Ja, klar, äh, an manchen Stellen wächst es schneller und an manchen weniger schnell. Das heißt, beim Friseur, der schnellt ja immer irgendwas ein bisschen mehr weg. Ja. Aber es ist wirklich krass, das habe ich halt hier teilweise Haar, aber nebeneinander. Das eine ist, keine Ahnung, zwei Millimeter lang und das andere ist schon knapp zwei Zentimeter lang und hat den Turbogang eingelegt. Ja. Und, äh, das, 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 irgendwann gleicht sich das ja mal wieder an und dann wird die hoffentlich schnell genug, sodass dann auch die Frisur gleichmäßig ist. Ja, absolut. Ja, das ist auch gerade am Anfang, weil manche Haarfolikel können sich schon schneller regenerieren. Die sind schon fest und die anderen brauchen ein bisschen mehr, weil ja auch die ganzen Blutgefäße mit verbunden werden. Ähm, ja, wie du sagst, es gleicht sich aus. Was ich da am Anfang dann auch immer bemerkt habe, dass die Seiten auf einmal richtig krass schnell wachsen. Kannst du mal bei dir den Spender auch mal kurz zeigen, wenn du mal deinen Kopf vielleicht drehst, ob man da irgendwie was sehen kann. Kann man das so sehen? Ja, ja, perfekt, perfekt. Ja, super. Ja, das, das, das geht richtig vorwärts. Also ich habe auch das Gefühl, äh, ich will gleich noch mal bei meinem Friseur vorbei, den hatte ich eine Woche, bevor ich los bin nach Istanbul. Habe ich meinem Friseur mal erzählt, hier, wenn du, wenn du Haartransplantation machen würdest, wie würdest du die Haarlinie nehmen? Und dann hat er mir mal so ein bisschen gezeigt und meinte, das, das hätten bei ihm schon ein paar Kunden gemacht. Und der meinte, ich soll auf jeden Fall mal vorbeikommen. Äh, ich, ich fahre gleich dann auch quasi in die, ich bin jetzt gerade nach Frankfurt bezogen, ich fahre gleich dann mal nach Mannheim rüber. Ja. Zu dem Friseur, was mich dann mit Freunden und dem will ich das dann auch mal zeigen und dem sage ich dann, schneid mir eben mal ein bisschen den Spenderbereich weg. Ja. Es wächst wie sonst, also im Spenderbereich habe ich das Gefühl, ähm, das geht sofort wieder los. Ähm, das, klar, da sind ein paar Haare weniger, aber die, die noch da sind, die wachsen dann nicht langsamer. Aber man sieht's nicht, also du hast ja gerade den Kopf gedreht, also es sieht richtig, richtig gut aus. Ja, also keine, nix, Löcher oder sowas, also top. Bin mal gespannt. Ja. Kannst mir mal Bilder schicken, wenn du beim Friseur warst, wie es aussieht, ne, wenn er da, wenn die Seiten geschnitten hat, ob man da was sieht. Kannst ja dann hier im Video einblenden. Ich denke mal, wenn du heute hingehst, irgendwann im Laufe des Tages, also ich werde das Video dann irgendwann noch morgen wahrscheinlich zusammenschneiden und dann hochladen. Bin mal echt gespannt, auf jeden Fall. Sehr, sehr gut, sehr gut. Ja. Generell auch sonst total, äh, also positiv überraschend. Man sieht ja dann auch viele Videos, guckt sich ja viel an und dann hat, der eine hat halt Probleme mit, äh, mit dem, dem Spender-Bereich, der andere hat vielleicht irgendwie so Pickel oder, von einem hatte ich mitbekommen, dass der irgendwie, äh, mit der Kopfhautprobleme hatte, dass die halt ultralang, äh, angegriffen war und bei mir alles gar nicht. Also ich hab einfach mal nix mitgenommen. Es hat auch quasi nie gejuckt oder so, ich, ich weiß nicht, ähm, ich glaub, ich bin da echt verschont geblieben. Ja. Alles auch gut verhält und, äh, ja, das Herz war aber der Sport, den ich nicht machen durfte, dann darf ich sagen. Ja, ja. Das, das kannst du dir, das hast du wahrscheinlich auch so empfunden. Das ist auch schon ein bisschen scheiße und ich kann ja auch, dann hieß es nach zwei Wochen wieder leichten Sport, ey. Ich kann keinen leichten Sport machen und, ähm, ja, also jetzt darf ich aber wieder. Ich muss gestehen, ich hab nach zwei Wochen auch wieder angefangen, aber auch richtig Sport zu machen, also auch schweres Training, weil, ja, bei mir ist ja auch ein bisschen wie, ja, in der Sucht nicht, aber es ist halt so mein Lifestyle und das gehört dazu. Und ich kenn auch andere, die es durchgezogen haben, aber die können dann natürlich nicht garantieren, ob dann wirklich alles so, äh, bleibt, wie es ist oder wird, weißt du? Aber ich kann mich auch nicht beklagen, alles top, alles top. Haare sitzen noch. Jetzt mittlerweile, ey, warte mal, wann war der meine erste? 2018. Ja, bevor vier, ja, ist das schon wieder vier Jahre her? Und die Leute sagen ja, nach ein, zwei Jahren werden die dünner, aber ich bin zufrieden. Also bei dir wird es auch richtig stabil. Du musst dir mal ein Video von mir angucken, ich glaube, das ist zwei Monate Post-OP, nach meiner ersten HT. Jetzt kann ich mir Haare wieder richten. Und da sah ich aus wie du. Da war wirklich, das ist, äh, crazy, was da noch passieren wird. Also du kannst wirklich richtig gespannt sein. Ja, Mann. Also da geht einiges noch. Ja, ich freue mich. Ja, das Krasse ist ja für mich schon, jetzt, jetzt schon. Weißt du, ich hatte ja eine Haarlinie so richtig. Also bei mir ist das ja super früh losgegangen. Ich habe ja schon zwischen 17 und 19 die meisten Haare verloren. Und, äh, alleine hier, dass hier unten die Haare hochgehen. Normal waren die Haare irgendwo hier hinten. Also ich hatte verlaufen, der so, der so vertikal runterging, der hier so direkt runterging. Und jetzt kann ich halt einfach von der Seite halt auch schon mal Haare sehen. Das ist halt jetzt schon, das ist halt jetzt schon krass, wenn ich jetzt überlege, das wird wahrscheinlich noch mal doppelt so viel. Ja, ich würde sogar sagen, dreimal so viel oder viermal so viel. Also das ist wirklich, also das ist crazy. Vor allem über 4000 Grafs. Ich hatte ja, glaube ich, wie viel hatte ich? Drei, zwei. Ja, und, äh, von daher haben die ordentlich was reingeknallt da bei dir. Ich bin echt gespannt, was die Zukunft so mit sich bringt. Ähm, genau. Leute, und wir halten euch natürlich auch auf den Laufenden, ne, was noch in Zukunft so abgeht. Oder auch mal spontan einfach noch mal ein Meeting rein, oder ein Meeting, ein Zoom reinschmeißen. Wenn da noch mal irgendwie, wo du sagst, hey, da, da willst du noch mal schnell drauf eingehen. Dann lassen wir die Leute dran teilhaben, mit Sicherheit. Ja, gerne. Top, top. Ja, gut. Ähm, ansonsten von meiner Seite erst mal nichts. War schön, dich wiederzusehen. Und vor allem, dass es funktioniert. Ja, dass die Haare wachsen. Dass du auch zufrieden damit bist. Und dass du auch keine Komplikationen danach hattest. Und alles bestens ist. Ähm, das ist natürlich auch die Hauptsache, ne. Und das ist dir auch selbst gefällt. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ähm, bisher alles top, kann ich nur bestätigen. Und, äh, auf dem Wartbereich bin ich gar nicht mehr eingegangen. Das Ding war nach 14 Tagen wieder für, ne. Da waren ja auch welche raus. Ähm, aber nach 14 Tagen musst du ein bisschen bei der Nassrasur aufpassen noch. Aber, äh, das hast du schnell wieder vergessen. Also, es war mit das Beste, hier noch ein paar rauszunehmen. Das war so eine gute Idee. Auf jeden Fall. Die habe ich ja auch, äh, bei mir habe ich ja auch Haare entnommen bekommen. Und die sind dann in den Tonnen so gewandert. Am Anfang ganz lustig, weil ich habe einen richtig krassen Bart. Also anders als oben, aber hier richtig borstlich stabil. Und diese Haare sind dann hinten auch gewachsen. Aber dann auch geradlinig, senkrecht nach oben, richtige Borsten. Also es war am Anfang ein bisschen, oh mein Gott, was ist das? Aber mit der Zeit passen die sich der Kopfhaut an. Die werden weicher, die kannst du dann auch legen. Und, äh, genau. Also alles super. Und hier die Buntheilung, super schnell. Ja, das ist ja nicht genau. Das war für mich der schmerzhafteste Punkt, wo die die entnommen haben. Oder allein die, die konnten ja die Komfort-Innen-Methode nicht da rein. Sondern die sind mit Spritzen rein, haben da, also zu meiner Zeit noch, und haben das betäubt. Ich bin fast vom Stuhl gerutscht da, ey. Das war so crazy. Aber, ja, gut, ein bisschen Schmerz muss sein. Und den Rest des Lebens natürlich dann wenigstens was davon haben, ne. Von daher kann man ja mal ein paar Augen zudrücken. Top. Alles klar, Max. Hast du sonst noch irgendwie was zu sagen? Ne, eigentlich nur, ja, es ist super. So schnell hätte ich mir das nicht gedacht. Ich habe mir gedacht, okay, bis Monat 6 siehst du scheiße aus. Und es geht dann darum, was passiert danach. Ist jetzt nicht so. Also jetzt nach zwei Monaten, eigentlich von Anfang an. Also ich kann natürlich auch kurz sagen, muss man auch sagen. Aber dann so ab Monat 2 war der Rest schon wieder auf der normalen Länge. Das ist keine Sache, wo man sich irgendwie ultralang verstecken muss. Jetzt geht es halt raus. Ich nehme wieder ganz normal am Soziallebenteil, so auf Arbeit. Stört auch keinen. Das hat mich am meisten überrascht. Und ansonsten, ja, ich bin wirklich, keine Komplikationen. Und jetzt sehen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt brauchst du einfach nur ein bisschen Zeit. Und dann wird das schon. Genau, genau. Hast du eine kleine Frage noch dazu? Hast du auch die App von Eliteia dazu benutzt? Ja klar, also da habe ich immer mal reingeguckt, wenn ich was eigentlich wieder darf. Und da habe ich auch die Bilder immer hochgeladen. Die machen ja mit den Bildern dann auch so ein bisschen Nachsorge, gucken, ob alles läuft. Ja, die benutze ich immer noch. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. In so fünf Wochen darf ich auch wieder Haare mit der Maschine schneiden. Das ist ja auch vielleicht mal interessant. Aber ja, das ist das meiste ist schon durch. Und jetzt zeigt die bei dem Heilungsverlauf jetzt gerade bei mir, glaube ich, so 17 Prozent an. Ich weiß gar nicht, was die da rechnen. Aber ich glaube, der gesamte Heilungsverlauf ist wahrscheinlich so in einem Jahr ruhig. Oder was schützt du das? Genau, also man sagt ja, vom Endprodukt kann man sprechen nach einem Jahr, nach zwölf Monaten. Heilungsprozess ist ja jetzt nicht nur die Heilung an solches, sondern wahrscheinlich auch, dass wirklich die Haare sprießen dann, ne? Die jetzt wahrscheinlich noch unter der Kopfhaut, die Folikel, dass sie sich da generieren. Weil es sind ja noch nicht alle da, die eingepflanzt wurden, die jetzt sichtbar sind. Manche brauchen ein bisschen, die stoßen dann hier irgendwann vor. Dann merkst du, dann fängt es auch nochmal ein bisschen an zu jucken hier und da. Dann merkst du, okay, da kommt wieder was. Aber ich sage mal, also bei mir war es so, nach acht Monaten war das eigentlich abgeschlossen. Da kam dann nicht mehr viel. Minimal noch eine Dichte, aber ich konnte sagen, so ab acht Monaten war es schon. Und wie gesagt, ab drei Monaten, gefühlt fast täglich, siehst du Änderungen, Veränderungen. So dichter, da fangen auf einmal die Haare schneller an zu wachsen. Dann überlegst du dir, okay, was machst du für eine Frisur? Ich habe die auch immer erst hoch. Jetzt habe ich halt so, dass ich die so ein bisschen nach hinten lege und das so ein bisschen nach hinten bedecke. Genau. Hast du dir da schon Gedanken gemacht, ob du irgendeine Frisur vielleicht ansteuerst? Oder willst du trotzdem eine kurze Frisur? Da fragst du mich was. Da hat mir jetzt ja ein Guter mal so ein Bild gezeigt von, ich weiß nicht, ich kennst du den Rennfahrer Sebastian Vettel, der hat ja auch eine AT gemacht. Und der hatte erst gar nichts mehr und der trägt die Haare jetzt so lang. Also der hat einfach gesagt, scheiß drauf, ich lasse sie jetzt langweigst. Muss ich dir mal schicken. Und ich weiß noch gar nicht, Mann. Ich habe ja jetzt irgendwie zehn Jahre nicht mal nachgedacht, habe immer eine Kurzsage gehabt. Und ich glaube, ich lasse das einfach mal auf mich zukommen. Und wenn du sagst, nach drei Monaten geht es richtig los. Ich habe ja Ende September gemacht, das ist ja dann für mich das perfekte Weihnachtsgeschenk, wenn es dann da einmal anfängt und ich dann auch mal wieder ein bisschen stylen kann. Ich glaube, am Anfang werde ich auch ein bisschen abgefahren und das Zeug mal probieren. Wenn du die Chance dann da hast, ja komm. Ich habe da ein paar Jahre nachzuholen irgendwie. Absolut, absolut. Das kannst du mit Sicherheit machen, das Nachholen. Dann lässt du schön lang wachsen, machst du so eine langere Frisur. Ja, genau. Gut. All right. Sonst, alles top. Wir bleiben mal im Kontakt. Ich zeige dir mal, wie das bei mir weiterläuft. Und dann siehst du ja auch, wenn wir uns das nächste Mal hören, was ich für eine Frisur habe. Ich bin auch gespannt. Ja, perfekt, perfekt. All right, Leute, das war es von diesem Video. Ja, ein kleiner Einblick natürlich, was gerade bei Max abgeht. Super spannend. Wir halten euch auf den Laufenden. Und dann würde ich sagen, schreibt fleißig was in die Kommentare rein. Positiv oder fragt Max was. Er wird mit Sicherheit dann auch alles beantworten. Und ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.